Hallo, ich bin Christian Rath und arbeite in der Verwaltung. Ich bin 1990 zur GfBV gekommen, weil ich damals einen Ausbildungsplatz gesucht habe und die Gesellschaft für bedrohte Völker gerade einen im Göttinger Tageblatt ausgeschrieben hatte und mich dann darauf beworben habe. Mein schönstes Erlebnis bei der GfBV war, als ich einmal Peter Maffei getroffen habe, weil man sonst solche Persönlichkeiten ja nur aus dem Fernsehen kennt. Und es war sehr interessant, ihn mal mit eigenen Augen zu sehen. In meiner Freizeit lese ich viel und treffe mich auch gerne mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.